Hallo Freunde, ich bin Lone Wolf und willkommen bei World of Tanks. Tja Freunde, nach lange Pause geht es heute wieder mal um die Rubrik Panzerstahl und heute ist bei mir auf der Gästeliste deutscher Panzerstahl, deutsche Fahrzeuge natürlich und einen davon seht ihr schon, hier Jagdpanzer, Tier 7er, Jagdpanzer von den Deutschen, gefällt mir total, also dieser Jagdpanzer mit der letzten Kanone, gefällt mir sehr gut, Match, gab es wenig Kills, aber mehr Damage, also da habe ich mehr Damage als Kills und der zweite Fahrzeug, der im deutschen Panzerstahl mitmacht, ist mein dicker MEX Premium Tier 6er Jagdpanzer, der Deutschen. Da gab es allerdings umgekehrt mehr Kills, weniger Damage und ja, ich hoffe diese zwei Fahrzeugen werden euch gefallen, bzw. das was die eingerichtet haben, wird euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spass damit und holt euch Chips und Cola, lehnt euch zurück und genießt die Show. Ich sag's nur, Film ab! Willkommen Freunde, ähm, Map, Moronowka, Begängungsgefecht, ich bin mit meinem Jagdpanzer, unterwegs, Tier 7er Match und ich versuche A1 zu ergattern. Und dann, wenn wir die Garten, die Zerrouta Líne, nicht? Und dann, wenn wir die Zerrouten, dann haben wir die Zerrouten, nicht? und so viele Gegner. So viele Gegner. Auf der anderen Seite. Oh, ich komme weiter mit mir durch. Oh, ich komme weiter mit mir durch. Aber ich bin 22 Sekunden. Ja, was? Ich werde noch mal nach. Ich habe noch mal nach. Ich habe wieder mit dem Hahn, der ich mich verletzt. rauskippt an. Oh, ich konnte wieder abhandeln, nicht ein. Schaden. Einbrücken. So. Hier. 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 Warte. Oh, schade. Okay. 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 Jawohl, hier hat ein paar Trotz von mir eine. So. Weil der da halt stand. Okay. Äh. Schlecht. Ich muss auf dem Berg bleiben. Den. Äh. Meine Kanone. Jemand sieht mich. Schlecht. Unterfahren. Sofort. Äh. Warten. Bis ich. Aus dem. Blickfeld. Verschwinde. Mal. Platzwerke. Mal. 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 No. Bühne. Sollte ich mal auf so einen Anwendung nehmen. Äh, Wolverine. Also T43 ist hier. Das heißt, Wolverine hat bestimmt auch Platz gewechselt. Okay, Tiger II ist weg. Der ist weg. Wolverine ist irgendwo noch. Okay, Freunde. Äh, 1300. Da ist unser Wolverine. Aber wir haben die Pace erobert. So, Freunde. Ähm. Was kriegen wir? Wir kriegen 1500 für den Sieg. Und sind auf dem dritten Platz. Ja, das reicht mir. Neun Schuss, dieben Treffer. Mann, ich bin ein Sniper. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Willkommen, Freunde, auf Flughafen. Flughafen. Glaube ich, so heißt die MEP auf Deutsch. Äh, ja. Ein Artig T6er Match und ich bin mit meinem Dicke Max. Ich habe jetzt vor, äh, auf dem Platz, wo Jagdpanzer, äh, hinfahren. Zu fahren. Moment, ich muss mal kurz was machen. So, ich habe geschrieben, dass ich russische Mods habe, damit niemand glaubt, dass ich ein Russe bin. Ja, ich bin auch einer, aber, ähm, es gibt Leute, die gleich schreiben, ja, dich versteht keine Sau und was weiß ich was nicht alles. Und deswegen muss ich ab und zu mal das schreiben. Äh, ja. Ich stelle mich da hin und gucke, vielleicht kriege ich da was auch. Vielleicht kommt da einer, wenn ich... Nein, nein, nein. Es wäre allerdings schlecht, wenn jemand mich ausgaufe. Denn... Da gibt's Arty. Und Arty ist für den Dicke Max den größten Feind überhaupt. Überhaupt für Dicke Max ist jeder der Feinde immer in den offenen Häuschen da reinklau. Ah... Schade... Woah, 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 woih... War, gibt's was zu killen?! Puh, ich bin gleich dabei. Was macht unser eigentlich Heavy Tank hier? Das ist überhaupt nicht die Stelle für Tanks und den Baukarten. Das ist hier 6er, also ist er der Heavy Tank. Ich will noch mehr Kills, bitte fahrt raus. Ich will noch mehr Kills, bitte fahrt raus. Ja, deutscher Banzai. Ja, deutscher Banzai. Soll ich oder soll ich nicht, das ist hier die Frage, also soll ich. Okay. Fahr runter. Denn ich hab noch nicht genug, ich hab noch nicht genug. Ich will noch weiter können. Da ist der 34er KV1. KV1 kann mir ziemlich weh tun. Der 34er allerdings auch. Ich sehe mich dank dem Flugzeug, verdammt. Der 34er. Attacke, Freunde, Attacke. Danke, dass du so blöd hier rumstehst. Hier. Das ist für dich. Wenn du mich störst. Wenn ich hier irgendwo Ati stehe, kann ich hier noch abgreifen. Ah. Steine oberhalb, Steine oberhalb, nicht gut. Ey, die Gänse noch. Bis zum letzten Mal. Zum nächsten Mal. Ich bin jetzt mal so, wie ich jetzt mal denke. Okay. Das Blut fließt. Das Blut fließt. Ich hoffe, diesen Match wird euch gefallen. Ich habe drei Kills gemacht. Allerdings per Schaden war ich ein bisschen unnutz. Aber drei Kills sind drei Kills. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.